Auf dem 4. Platz, die 12.10, Dennis Schwind. Ja, ja, kleine Unterbrechung, die war Überschlag in der Kurve 1 bei den freien Standards. Ich mach da mal weiter, ne? Hau ab uns her, ey, das läuft. So, dann haben wir ja Platz 3, die Startnummer 12.20, Tobias Harleker. Mit dem neuen Polo-Autowagen, hast du gut gemacht. Auf dem 2. Platz, die Startnummer 12.11, Michael Schieve. Und auf dem 1. Platz vom Team Schaffenberg Racing, der Spürki, Stefan Schaffenberg 12.61. Auf derr Park, die Startnummer 20. Ja, ich mach das. Ja, ich mach das. Vielen Dank für's Zuschauen.